Hey, this is Christopher Cohn. Welcome to MTB Cribs. This is my crib. Alright, this is the dining table. We'll be sitting here like often and we eat human beings because it's tasty. And this is my bedroom. This is, ähm, das ist meine Frau. Der geht's gerade nicht so gut. Muss man mit ihr reden, ja. Ey, wenn der aufsteht und mich anspringt, dann muss ich hier, glaub ich, lass mal lieber die Tür auf. Was ist denn das jetzt hier wieder für eine Scheiße schon wieder, ey? Hei, hei! Oh! Hä? Der hat durch die Tür geglitscht, ey. Halleluja, heilt die Flut. Das Warten hat sich endlich gelohnt. Des Morgens wird des Feindes bluut. Vergossen hier, wir seien verschont. Schön. Oh, er tanzt. Nein! Das hast du jetzt davon. Das hast du davon. Ich hab damit gerechnet, ey. Du dummes Schwein. Der sitzt den ganzen Tag. Der sitzt den ganzen Tag und wartet, bis einer hochkommt. Dann macht er den ganzen Tag. Wenn ihr Prime-Kunden seid und euren Prime-S... Nein, nein, nein. Bleib bei meiner Frau. Hey, ich hab damit nichts zu tun. Bleib bei meiner Frau. Okay. Okay, der ist freundlich. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ein Schritt übersprungen in unserer Kennenlernphase, aber... Okay. Hey! Ich hab mich vor meinem eigenen Schatten erschreckt. Das gibt's nicht. Wie im echten Leben. Alles wie im echten Leben hier. Hey! Hey! Sau! Das ist eigentlich... Das ist immer das... Fuck, alter. Was... 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 War das? Schnapps trinken, ja. Was? Was? auch... es ist immer dasselbe und immer wieder erschrecke ich mich umdrehen und rennen ich bin unter wasser ich kann nicht rennen so da ist und jetzt renne ich renne unter wasser ich kann rennen ach du scheiße danke chat ich bin unter wasser ich kann nicht rennen ich weiß nicht was ich machen soll hinter mir ihr habt den schatten doch gesehen oder ihr habt doch den 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 tentakel schatten hinter mir gesehen richtig das habe ich mir nicht eingebildet oder das war mein schatten mann junge das hast du doch schon mal gesehen im echten leben ein schatten aber da schreie ich jedes mal auch so wenn ich den sehe ich will dich küssen darf ich dich küssen komm mal her küss mich warte ich stecke die kamera weg küss mich küss mich ich weiß nicht ob meine nachbarn wissen was ich beruflich mache und so ne die denken sich bestimmt auch das ist ein geisteskranker wer wohnt denn jetzt hier in diesem haus jessica ist im chat beigetreten hey jessica bist du da es funktioniert so seltsam ich kann dich da drüben tippen sehen dreh dich um ich drehe mich doch jetzt nicht um ich drücke jetzt die taste nicht ja klar mit ansage ey du bleibst draußen wo ist sie denn die singt im brunnen oder was ich bin in einem alter wo jeder schreck der letzte sein kann wir gehen auf klo geh auf klo ich muss dir ein geheimnis verraten ja mach mal dann halt nicht ey hau doch mal ab du was ist denn los mann bisschen distanz ey ohne scha- ey hau ab ey bist du bescheu- ey ich möchte das nicht fuck what the fuck mach die tür zu mann rennen 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 são dieым aus Vielen Dank.